Schönen guten Tag. Wieso kommen Sie gerade mit dem Schwanz? Auf jeden Fall ist es schon mal das Arsch, dass die Schlüssel nicht da ist. Ja, reinstecken würde er auch nicht. Bevor es losgeht, erst mal tanken. Erste Mal? Ja. Derőchen wir craften die Schlüssel. Fehlorsam die Schlüssel. Ja, wo es werden kann. Mzen wir noch mal braucht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020